so 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 youtube hallo herzlich willkommen zu geotastic wir sind wieder dabei und versuchen in drei runden wo wir einfach wahllos in der welt abgesetzt werden auf google maps herauszufinden wo wir sind wir haben dafür unendlich viel zeit mit unserem standard preset und wir gehen rein in die runde 1 und da landen wir oh ja hübsche ecke ich würde ich gebe meinen ersten guess immer so ab und dann gucke ich ob ich da hinkomme ich würde sagen wir sind da und dann gucken wir mal ob sich das irgendwie bestätigt könnte auch jugoslawien sein akab superbike könnte auch deutschland sein könnte auch rumänien sein slowakei tschechien albanien türkei keine eu kennzeichen ok coffee store griechenland griechenland also wenn es ein land gibt was ich nicht mag es ist griechenland wir gehen ein stückchen rüber bam 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 nach griechenland oh man griechenland ist würde es noch östlicher tendieren ja jetzt es hat sich bestätigt es war östlicher es war griechenland also ich muss sagen ich hätte gerne die brasilienrunde zurück weil ganz ehrlich ich fahre lieber 90 minuten über ein feld in brasilien wo nix ist also ich griechenland ich weiß nicht wieso aber ich mag das land irgendwie nur geringfügig nur geringfügig weil sie haben mit noch eine schlechtere straßenführung und beschreibung und man kann es halt null lesen also selbst in osteuropäischen Ländern wie bulgarien und Ungarn ähm schreiben die mehr Informationen ran die für touristen hilfreich sind als griechenland nicht gerade an den randregionen wo kein tourist irgendwie mal hinfindet ähm ja es könnte sogar wirklich noch östlicher sein oder es sieht na wir halten mal fest irgendwo in dieser ecke vielleicht doch albanie aber es sind ja über griechische flaggen würde mich also wundern wenn es nicht griechenland deswegen ist aber wir fahren mal rum wir werden uns dem schicksal geben ich meine wir sind zumindest in einer relativ großen city das könnte mal glück sein sonst war ich immer auf irgendeiner kleinen straße auf irgendein berg und die haben halt sehr viele berge mit sehr langen straßen wo halt ja noch weniger kommt als in brasilien manche stellen sind auch wirklich schön aber zum navigieren ist es wirklich ein hardcore äh ort also da brauche ich jede unterstützung die ich kriegen kann wer gerne nach griechenland fährt gerne in chat in den kommentaren sagen da war ich schon mal da will ich hin ähm das ist nördlich das ist südlich die herzen fliegen lassen hilft auch immer wenn ihr dabei seid ich hab euch immer am blick ich seh euch apropos für alle die es interessiert wir sind nur noch äh 20 wattstunden entfernt davon dass ich die erste stufe bei youtube zünden kann also spätestens mit heute haben wir es auf jeden fall geschafft aber ich glaube sogar mit dem tag vor einigen tagen haben wir es schon geschafft aber es fehlen noch auf jeden fall die 1000 abonnenten das ist der große meilenstein bei youtube den man knacken muss und der dieses jahr noch fallen muss und jede unterstützung ist auf jeden fall super ja wir kommen hier schlecht voran aber wenn ich mir das angucke das sieht nicht typisch griechisch aus nicht so von von der landschaft ich würde das eher wirklich hier nach oben tendieren in die ecke geht ihr da mit oder ist es wieder kreta oder sowas genau also alle abonnieren wäre auf jeden fall nett man muss nicht wenn man den content nicht merkt nicht aber wer den content merkt ich habe nämlich gelernt man muss die leute leider darauf hinweisen dass sie es tun und ich kenne mich selber ich gucke bestimmt 80 mal ein short von jemandem oder videos und ich like halt ja nicht wenn es mir wirklich hilft like ich oder wenn es mir gefällt aber ich denke nicht an abonnieren und das ist echt eine sache warum nicht überall ist der button und man macht es einfach nicht ja aber soweit gesagt wird abonnieren aber es gibt auch die die machen es halt auf diese unangenehme weise und die mag ich halt gar nicht so dieses jetzt die Glocke klingeln lassen und hier und dann so einen riesigen button oh nee das muss es auch nicht sein wenn das im Gespräch erwähnt finde ich das immer super sympathisch aber ich glaube diese professionellen Einschnitte und Einspieler catchen die Leute halt doch mehr also den Großteil aber ja das muss ja auch nicht sein denke ich mir immer oh oha da haben wir mal ein endlich einen Ortsnamen weil die haben auch keine Ortseinfahrt und Ausfahrtsschilde Sarah China okay ich glaube mehr finden wir auch erstmal nicht sehen wir mehr also ich sehe kein Meer ich würde sagen ist schon Festland nicht Kreta hätten wir mindestens Wasser gesehen sonst müssten wir genau hier sein und das fängt mit einem E an vorne Spilly sehe ich nee wir haben aber EA ok dann gucken wir mal hier ob wir was sehen in dieser Ecke so Philly und unsere Straße läuft Süd-Nord das ist auch hilfreich ja die kleinen Orte wir sind schon auf einer größeren Straße oder die ist zumindest in Weiß oder so aber kleiner würde ich sagen ist sie nicht Achinus ich weiß halt nicht wie groß Salakinas ist und ob der in unserer Sprache abgebildet ist nicht EAP muss ich zur Not gucken finde ich immer super schwierig manche Sachen stehen nur in europäisch da denn die anderen stehen nur in griechisch da manche doppelt oh bitte macht doch ein einheitliches Format in euren Datensätzen Google das wäre super hilfreich weil so vom Kopf her suche ich ja entweder das eine oder das andere aber wenn ich kann ja also ich ich kann es nicht beides zu suchen nicht gleichzeitig aber ich glaube Sahakina ist zu klein um das wirklich hier zu sehen und zu finden Servia sehe ich und so von den Bergen her wir sind eher flacher unterwegs nicht deswegen hätte ich schon eher gedacht so die Ecke hier bei Thessaloniki sagst du ja denke ich mir auch definitiv nicht die Ecke passt auf jeden Fall was anderes kommt ja gar nicht hin von den Bergen die hier hinten sind viel zu krass hier vielleicht gerade wäre noch die Möglichkeit aber das ist das einzige wo es halt möglich wäre wenn wir es jetzt noch sehen würden wäre es umso besser Stravos sehe ich Zoros sehe ich Ceres hatten wir Lise sehe ich hilft mir auch nicht und Nord Süd Boah Exe ist nicht also es ist wirklich unter der 2 sagt hier ok ich gucke unter der 2 E A E A E A E A A E A Oh was habt ihr für Augen unter der 2 so die 2 beginnt hier Kapschow Epine Napos 50 Häuser Dorf Zoom ah verdammt mittig auch noch E Ravkov noch ach du Scheiße kommt noch mehr wenn man noch mehr ranzoomt ich hasse Griechenland habe ich das schon gesagt strategia so mittig von der 2 wäre hier E A E A E A ich klinge wie ein Esel kann das sein E E E E A E A also mein Browser zeigt das nicht an oder ich sehe nichts was mit dem E hier anfängt E E E sehe ich hier kommt da noch mehr wenn ich noch weiter ran zoome ich hoffe nicht das müsste hier die Zoomstufe sein wo alles drin ist eigentlich schon in der hier kommen nur noch Orte Adam Onyos Ich sehe es nicht Exoia Pi sehe ich Sag mal Das ist nämlich das Problem ich glaube manchmal zeige mir mal in Google die Sachen gar nicht richtig an aber ihr wisst was das bedeutet wir fahren mal ins nächste Dorf vielleicht sehe ich das Bär also meine Augen sehen dieses Dorf einfach nicht könnt ihr mir noch 10.000 Mal sagen da an der Stelle ich sehe es gerade nicht und das bedeutet ich muss weiterfahren und deswegen hasse ich Griechenland eigentlich habe ich Griechenland ausgenommen und eigentlich auch das Preset gespeichert aber es kommt immer wieder rein ich weiß nicht warum Griechenland da auftaucht weil ich mag es also landschaftlich ist es ja nicht so hässlich an manchen Stellen aber wenn der einzige Hinweis in 1000 Kilometern Tempel von Apollon ist und der ist nicht eingezeichnet bei Google hilft mir das halt nicht so die Straße Südost Nordwest Süd Nord Osten Süden Südost Nordwest das kann ja nur die Straße hier sein irgendwie viel mehr andere Straßen haben wir ja nicht die ist sehr bergig oder die Straße so aber da ist doch kein EA drin und kein Saliki okay achso da müsst da oben oder hier wer ist die hier genau nach der Kurve nach rechts oder hier es gibt zu viele Kurven nicht aber hier ist doch nirgendwo ein E vorne M M P N T A A K M N N Z A N A E E A war okay zu kurz P N A A I I A K P N N E C K E N when when you googled and you Anzeigen this Karte here has best Anzeigen here is ERAWOG but that is it not I nicht also nicht googeln und gucken die karte von hier ist mir speziell und da ist sowas vielleicht nämlich extra nicht drauf um es schwerer zu machen anscheinend habe ich so manchmal nämlich im gefühl manche straßennamen sind auch nicht eingezeichnet die doch manchmal google vorhanden sind also wenn zum beispiel wenn man die vier sucht ist die vier manchmal einfach nicht eingezeichnet bis man richtig ranzoomt so aber das hier sehen wir doch oder ayos xampanos wenn wir das jetzt auch nicht sehen a y a y xampanos hier das hier ist es so das sehe ich nicht das heißt wir sind auf der hier irgendwie aber wo ist hier ea das ist einfach nicht eingezeichnet bei mir oder es wird anders geschrieben das ist auch ganz oft der fall okay dann kommen wir aus diesem ort hier aber immerhin das aber sarah china steht auf meiner karte nicht drauf also könnt ihr es auch nicht wissen nicht also keine hinweise bitte geben die ihnen gar also die aus anderen quellen habt als dieses spiel oder dieser dieses rauf gucken weil das hilft halt nicht das verwirrt er und ist halt auch ja vorsagen das ist ein bisschen blöd also außer ihr wart da schon mal dann ist es wieder okay aber es ist ja faktisch nicht auf der karte drauf nicht also es ist müsst ihr hier irgendwo gewesen sein wir sind hier raus gefahren was anderes kann ja gar nicht sein wir haben da sarki es kann durchaus sein dass es bei google selber eingezeichnet ist oder bei open street map aber auf der karte sehe ich es nicht ist das nicht die am anfang kann auch die sein ja müssen wir gleich mal gucken aber also entweder habt ihr super augen aber ich bin der meinung ist es nicht auf meiner karte drauf oder macht macht ein screenshot davon postet es im discord wo ihr das markiert das wäre auch krass das wäre doch mal was äh so startpunkt wir müssen ja eh genau herausfinden wo wir sind aber das sind so die sachen manchmal ist das kartenmaterial halt einfach bescheuert okay hier ist ein fluss der ausgetrocknet ist hier wäre schon kein fluss hier wäre aber ein fluss also sind wir vielleicht doch eher hier drin nicht dann stehen wir hier irgendwo können wir jetzt noch einen straßennamen herausfinden lepok nack schock ich habe mich gerade verklickt nicht warte mal wo waren wir eben hier da wollte ich hier nicht hier brauchen wir einen fluss da müssen wir sein wir sind viel zu weit nördlich gegangen aber wie sind wir über die zwei wir sind doch nicht über die zwei okay wir müssen irgendwie herausfinden wie dieses dorf hier heißt das wissen wir ja noch gar nicht eine kirche eingezeichnet in sakina aber das kann sein wenn da eine einzelne kirche oder so eingezeichnet ist aber das ja das ist wirklich assi sage ich mal man sucht natürlich nicht also ich suche nicht alle punkte ab ich suche natürlich die städtenamen ab wenn da irgendwo ein grauer punkt ist eine kirche der den namen church of epa pipa das lese ich ja nicht ja das wäre total banane mhm okay wir sind mittendrin okay wir können aber auch nicht viel rausfahren und deswegen dauert es aber manchmal nicht du hast am anfang einen hinweis denkst du siehst den du findest ihn nicht bist frustriert dann fährst du weiter kriegst den nächsten guckst in eine andere ecke weil du denkst da bist du nicht weil du den einen ort nicht gefunden hast und in wirklichkeit bist du da aber und dann suchst du woanders und man sieht als streamer ihr dürft nicht vergessen ich rede ich lese ich steuere und ich muss gucken und suchen ich sehe nur ein bruchteil von dem was ihr immer seht ähm das darf man halt auch nicht vergessen so wir kommen hier in die große straße jetzt gehen wir mal hier lang dann gucken wir nochmal wer ist denn das spiel geotestig habe ich vorhin schon meinen chat gepostet ich mache es gerne nochmal ähm theoretisch könntet ihr in der runde auch teilnehmen nur dadurch dass ich hier so ein long time pinpoint mache ähm und lustige leute lustige namen benutzt haben wenn sie dem spiel gejoint sind ähm habe ich gesagt ne das mache ich nicht öffentlich mehr das heißt auch wieder das prinzip ein idiot hat das für alle versaut das heißt ihr kriegt nicht genau den startpunkt wenn ihr das spiel spielt man kann glaube ich auch kein seed oder sowas scheren so dass ihr den gleichen dings habt ich glaube höchsten danach oder so aber nicht dabei aber wir sehen kein ortsnamen das ist blöd hier ist wieder so eine kleine dorfkirch dorfkirche die sind eigentlich immer hübsch und das war schon die straße oder und die geht nach süden und das ist die hier also müssen wir da drin sein ok das heißt aber der fluss ist wieder nicht eingezeichnet und dann sind wir irgendwo hier und kommen auf diese straße und dann fahren wir auf die hier rauf oder so kann das sein ups ne ich will nicht tauschen ich wollte back to start ok was passiert wenn wir in die richtung gehen das problem ist auch in griechenland die ganzen straßen sind nur so betoniert ich finde das total schwierig ähm mich zu orientieren in den dörfern nicht du hast auch keine straßennamen oder sowas ach ich ich bin kein griechenland fan in dem spiel ok nach westen kommen wir auch auf eine große straße so nach westen kommen wir auf eine große straße die nach nord und süd führt das könnte das hier sein ja das sieht gut aus das heißt wir stehen irgendwo hier oder so pfff das hier ist schon die schmalere dann kommt noch eine kreuzung ne die kommt nicht ok das kann sie doch nicht sein man warum schreiben die denn nichts ran alter das ist doch ist doch kein dritte weltland das muss doch auch mal ein bisschen entwicklung haben und wegen ihren ortseingänge ortsausgänge hauptstraßen kann man doch alles irgendwie mal markieren mit dem schild sag mal wo kommen wir denn da hin wir sind hier immerhin in der eu ein paar fördergelder beantragen ich mein hier steht auch nirgendwo irgendwas dran wir können hier noch rein fahren und da kommen wir auf den landweg wo wir eben waren nicht ah das hilft jetzt auch nicht wirklich viel wb tezaki waren kreise im ort zumindest eine rundung ja das problem ist sind die rundungen hier wirklich rundungen und sind die hier abgebildet ich bin ja immer noch der meinung wir sind woanders ich glaube immer noch fast eher hier waren wir aber ne wir müssen irgendwo sein wo es auf dem hügel ist und das passt auch nicht und wir müssen auf diese straße hier irgendwie rauf kommen hier könnten ah das ist zu klein was zu weit weg so weit sind wir ja nicht gefahren um direkt hier hin zu kommen nicht dass wir in sowas hier stecken oh ich finde auch hier die straßenführung ist halt total unübersichtlich nicht die straßen gehen nicht einmal gerade die gehen links rechts links rechts kurve links rechts links rechts und alle zwei meter geht eine ab du kannst hier gar kein klares bild von dem von der stadt machen ich mag griechenland einfach nicht in dieser hinsicht so in anderen städten kriegst du so ein gefühl dafür ah hier links und dann kommt das rote haus und dann da rechts bei hier du hast irgendwie immer die gleichen häuser an den gleichen aussehenden straßen ecken und dann hast du sackgassen oh ich mag's halt nicht griechenland sorry ich mag griechen das möchte ich betonen aber ich mag sagen wir ich mag die navigation in dem land nicht man kommt hier auch nirgendwo raus aus der scheiße es gibt keine klare straße die als hauptstraße irgendwie zu identifizieren ist wo man sagt ah die die asphaltierte führt mich jetzt raus oder so nicht so die ist größer ne shell tank stelle guck mal jetzt haben wir was boah wie bin ich jetzt auf die gekommen ok wir haben eine shell tank stelle und das dorf liegt südlich und das dürfte die 2 sein ganz sicher ok das dorf liegt südlich und das ist die 2 also können wir eigentlich nur hier oder da sein hier ist die shell tank stelle hier drin sind wir in der scheiße oder was kann ja nur sein und da ist der autohof der steht da auch irgendwie dran nicht ok aber wie finde ich jetzt heraus wo wir stehen nufu ridas da gibt es hier noch eine shell keine ahnung was das andere ist hier nufu ridas ok also wir sind definitiv gerade hier wir kamen hier irgendwie raus irgendwo da drin wo lag äh saka sara kian ja ja das lag hier an der straße anscheinend also ich sehe es nicht ihr habt es gesehen ich habe es nicht gefunden ich habe nur dieses zaka padatos gefunden aber komisch ist zum beispiel der fluss ist nicht eingezeichnet nicht das ist auch wieder scheiße also da muss man auch google mal sagen dass die datensätze halt müll sind flüsse fehlen ganz oft und das ist auch schlecht nicht sonst könnten wir uns nämlich jetzt hier äh zack hier ist die brücke die ist östlich von uns da kommt ein fluss ich glaube aber der fluss wird hier lang laufen hier so da das wird der flusslauf sein bedeutet wir stehen irgendwo hier so und ich würde sagen wir stehen da da die geht nach süden weg südwesten die geht rum das passt hier kommen wir hin ich drücke 11 meter 11 meter 95 alter verwalter so und wo ist jetzt diese kirche eingezeichnet wo ist diese kirche hier hier epa ea kapa wakavich oder sowas nicht eapa das ding ist zacki meine fresse ok ok also der ort ist hier bei mir nicht gekennzeichnet richtig er heißt narkok met evinpok griechisch orthodoxe kirche aber der ort selber ist nicht mit ortsnam eingezeichnet was ist denn das für eine datenhaltung nicht der fluss ist nicht drin der ort ist nicht drin aber auch doof dass man hier nur in die richtung irgendwie konnte und nicht hier hoch direkt hätten wir hier rechts abbiegen können die ganze zeit dann wären wir direkt an die 2 gekommen genauso hier konnte man irgendwie immer nicht hoch nicht also aber gut wenigstens hat uns die schelltankstelle gerettet oi 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 ok bloß weg aus griechenland ab in runde 2 griechenland brauche ich nicht mehr kann ich griechenland zurück haben ich frage für einen freund nein wir sind aber an einer kreuzung nicht ähm die sonne ist ganz im norden das heißt das hilft uns nicht entweder sind wir am äquator oder sie ist leicht oder sie ist leicht wenn das die sonne ist ist sie leicht nördlich das heißt wir sind leicht im süden bedeutet ich würde uns wieder irgendwo hier sehen vielleicht diesmal äquator da waren wir lange nicht mehr ok wir haben palm passt schon mal nur halb lucafe mhm interessant oh esel und dingstransporte ok kenn ich eher aus ähm bolivien oder so oh oh was ist denn das guck mal hier aber ich mag südamerika da hat man immer was zu gucken zum beispiel einfach so ein halbes auto mit schnorchel was hier einfach rum steht und mitten in den blumen sieht irgendwie cool aus nicht das hat man woanders nicht also zum entdecken ist südamerika echt am besten in geotestik so und dahinten ist die kirche dann fahren wir doch in die richtung oh und ich weiß nicht selbst hier kann man irgendwie die hauptstraße eher erkennen und carlos bier oh ja carlos marios bier prost die nummer eins von den farben her kann es alle sein nicht ich pesen so nicht hier jetzt wissen wir jetzt sind wir auf der hauptstraße mmmm das ist ja lecker stra motivates stragodolfo stragodolfo Gut, wer jetzt Soti-Bier kennt, der hat einen Vorteil, der weiß, wo wir sind. Ah, das ist eben mit Griechenland und diesem einen Ort, so was ärgert mich dann. Vor allem, ich glaube, bei eurem, wenn ihr selber auf Google guckt nicht, dann wird es auch angezeigt. Ich weiß halt nicht, was hier für eine Karte eingestellt ist, dass manche Sachen, die wichtig sind, ausgeblendet werden. Das ist wirklich fies. So, Ryo-Kuru-Lao. Okay, den Flussnamen haben wir schon mal, aber Flüsse sind oft nicht eingezeichnet. Also auch nicht unbedingt hilfreich. Äh, ups, ich bin von der Straße abgekommen. Leichtmüdigkeit. Was habt ihr denn für ein Gefühl? Ecuador oder Kolumbien? Wir haben auf jeden Fall Bananen. Könnte auch Panama sein. Panama hat sehr viele Bananenplantagen. Oh, das könnte Panama sein, oder? So, wo ist denn die Sonne jetzt hier an einem strahlenden Tag? Die Sonne ist im, die ist genau im Osten. Oh, Mann. Also sie ist eher im Norden, das heißt, wir sind eher im Süden. Aber es hat hier nichts zu bedeuten am Äquatornähe, so richtig, habe ich gemerkt. Wenn das Auto nur ein paar Grad schräg steht, weil es 15 Grad hoch fährt, ein Berg gerade oder so, dann ist das alles hinfällig. Weil das Gyroskop, das im Auto da irgendwie verzerrt. Wenn die Sonne so halb flach steht, dann kann man sich eher drauf verlassen. Außer man ist sehr dicht am Polarkreis, nicht? Dann stimmt's wieder nicht. Wie in Kanada neulich. Ihr möget euch erinnern. Wo die Sonne im Süden stand. Äh, im Norden stand, obwohl wir im Süden waren. Ja, ich halte jetzt hier nicht bei jeder Sache an, nicht? Das meiste kann man halt auch nicht lesen. Sektor Villa Chora, El Rompoy. Oh, hier, das ist wichtig. Apertado Nicoli. Okay, sagt mir gar nichts, die Orte. Brasilien. Oder? Nee. Wo hatten wir vorhin die PR20? Doch, das war... War das Brasilien oder war das... Mexiko? Das hatten wir heute schon mal. Und se Tiki... Oh, dein Name? Teikseiki. Jetzt hab ich's, glaub ich. Bei mir gibt's auf jeden Fall die Garantie, dass ich die Namen falsch ausspreche. Stream gestern war übrigens gut mit dem Game-Development-Spiel. Echt! Oh, das ist ein schönes Feedback, weil ich hab, äh, insgesamt ein Follower verloren. Oder einen Abonnenten gestern, als ich das Spiel gespielt hab. Äh, kam nicht so gut an. Insgesamt. Deswegen ist positives Feedback dazu echt gut. Könnt ihr euch noch erinnern, wo dieses 20 herkam? Also, er kann auch sein, dass es in mehreren Ländern verwendet wird. Aber hier, der Kreisverkehr ist ja Gold wert gerade. Wir können doch nicht überall reinfahren. Daher ist doch nicht Gold wert. Shit, warum können wir denn da nicht rein? Da könnten wir die anderen Sachen uns angucken. Ja gut, dann gucken wir dann von der Seite, wo das noch hinführt. Kuru, Lau und Eltres. Ja gut. Automatische Kontrolle. Shigurodo. Hilft mir gar nicht. Ups. Ja, dieses Game-Development-Spiel hat's auf jeden Fall in sich. Also, wer Tycoon Games mag, das hab ich ja neu schon gesagt. Ähm. Der hat auf jeden Fall seine Freude damit. Ich weiß halt auch nicht, was die Nummern da drauf bedeuten. Auf jeden Fall bedeutet PR nicht, dass wir im Staat PR sind. Das hab ich schon mal herausgefunden. Rio, Akur. Wir wissen die Städtenamen. Wir wissen die... Nur nicht die richtige Straßennummer, nicht? Die fehlt noch. Sind wir... Vielleicht jetzt außerhalb der Plantagen, wo wir neulich waren? Aber hier sind so viele Plantagen. Sind wir vielleicht doch wirklich hier? Ich guck mal. Ne, Boa Vista wär hier. Ich kann Nehmer, Villanova... Bella Vista... In jeder View in Südamerika habt ihr ein Bella Vista. Haut eure Ideen mal bitte ins Chat raus. Kommt! Ich fühl mich grad echt unsicher. Retorno. Oder doch wieder Mexiko und ich seh's einfach nicht. Oder doch Kolumbien. Gerne auch in die Kommentare später, wer das Video sieht. Wir sind schon bei... Oh oh, 39 Minuten. Wir müssen uns mal beeilen. Wir haben ganz schön getrödelt in der ersten Griechenland-Runde. Oh, aber hier kommen nur... Palm, Bananen... Palm, Bananen... Aber deswegen sind wir befahren. Das muss also irgendwo hinführen. Und das ist ja fast wie eine Autobahn. Warum hier nicht eine... Nummer dran stand von der Straße? Rio Grande. Äh... Rio Negro... Rio... Grande... Wo war der denn? Äh... War der hier? Rio Meteo... Rio Blah... Wo war denn Rio Grande? Boah, den... Den hab ich so oft schon gelesen. Amazonas ist es nicht. Negro ist es nicht. Das wär zu weit südlich. Glaub ich. Was haben wir hier? Der hat gar keinen Namen, obwohl er ein riesiger Fluss ist. Danke, Google. Rio Napo. Hm... Na, super. Wahrscheinlich ist es aber nicht der Rio Grande, den man schon oft gelesen hat, nicht? Panama... Ja, die haben auch hier kleine Flüsse. Und wir haben ja eben gelernt, Flüsse müssen nicht eingezeichnet sein. Wir gucken mal, wie groß der ist. Ich glaub, der Rio Grande war wirklich nur so ein kleines Bächlein gerade. Kann das sein? Ich hab ja nicht mal Wasser gesehen. Okay. Also wenn er jetzt nicht hinter den nächsten Kurve kommt und mich überrascht... Finca Esmeralda... Ich glaub, wir gehen in die Stadt zurück. Was sagt ihr? Stadt oder nicht Stadt? Wir fahren noch bis zu dem grünen Schild. Ah, ich muss sagen, mein Kopf ist so durcheinander. Wenn man einmal ne schlechte Runde hatte, dann ist echt im Kopf so Tabula Rasa bei mir. Und dann bin ich total verwirrt. Und Griechenland hat mir echt den Rest gegeben. Apado Capres und noch ein Kreisverkehr. Okay, wenn wir die Ecke haben, können wir es auf jeden Fall mit dem Kreisverkehr in Richtung Süden von der Stadt eingrenzen. Ja, stellt euch immer einfach auf den Kreisverkehr. Aber ich glaube, viel mehr Informationen kriegen wir hier nicht, nicht? Karapäa Kurulao. Okay. So. Dann fahren wir erstmal auf die Hauptstraße wieder. Ich weiß gar nicht mehr, wo die war. Da vorne, nicht? Müsste... Ups. Die gewesen sein, genau. Und wir sind nach Süden. Dann fahren wir jetzt mal nach Norden. Vielleicht kommt da noch irgendwas anderes. Die haben die auf jeden Fall neu gemacht. Generous-Store. Yoguretta. Eher in die Stadt. Ja, denke auch. Eine Flagge oder sowas nicht. Das haben die immer ganz schlecht. Franksier-Präsidentel, Weiß-Präsidentel, Franksier, Petro. Okay, wer sich jetzt da auskennt, der weiß das. Polo Mollo, Mello. Manchmal reicht... Wer spanisch und südamerikanisch kann, der kann ja anhand der leichten Wortabwandlung schon herausfinden, wo man ist. Aber ich bin froh, dass ich erkenne, dass es spanisch ist. Lacoste. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Lacoste-Stand. Ich würde sagen, das Angebot ist sehr vielfältig. Aber ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich nehme. Ich glaube, diese Plastiktüte. Lacoste. Auf jeden Fall immer ein Qualitätsprodukt. Ja, sehr schön. Oh Mann. Hilft mir aber auch nicht weiter. An den Bussen... Oh, ich wollte dicht an die Busse, nicht so weit weg. Das ist auf jeden Fall der Bus-K. Aha. T... 670... Wo fährt der denn hin? Ah, kann man auch nur Stora Golfo lesen. Naja. Der Privsec. Das kann man leider nicht erkennen. Und da sind wir auch aus der Stadt raus. Ah, das bringt auch wenig, nicht? Und in den Nebenstraßen ist, glaube ich, auch wenig los, dass wir da was finden, was uns hilft, herauszufinden, wo wir sind. LHE. Zeigt mir auch so gar nichts. Ja. Ich vertraue halt diesen ganzen Sachen wie der Sonne nicht mehr, nicht? Columbia. Bank. Columbia. Okay, wir sind auf jeden Fall in Kolumbien. So. Da, wo die Flüsse keinen Namen haben. Ja. Ich bin gar kein Fisch-Fan. Seid ihr Sushi-Fan? Ich esse sehr gerne vegetarisches Sushi, aber Fisch-Sushi schmeckt mir so gar nicht. Ich bin auch so gar nicht der Lachs-Fan. Oder so Hissen-Fisch-Bulette oder sowas. Oder panierter Backfisch. Aber Fisch im Sushi, ich bin gar kein Fan. Thunfisch. Da kommt es mir richtig hoch gleich. Reoguades. Ah, ich glaube Rio Grande oder so. Conchila. Da ist schon Venezuela und so. Was haben wir hier noch? Rio Atado. Rio Curva-Bao. Auch nicht hilfreich. Ja, das Land ist halt riesig. Wie finden wir jetzt heraus... In welcher Ecke wir sind. Wir wissen wo... Also wir wissen die Städte. Wir wissen die Orte. Aber wir wissen nicht die Region. Die Flüsse wüssten wir theoretisch auch. La Principal. Am besten wäre so eine Polizeistation oder so. Wenn die hier links oder rechts wäre. Estilo. Surte Accessoires, da waren wir vorhin schon. Ich glaube, die Region wird hier nicht großartig dran stehen irgendwo. Da wollte ich nicht lang. Kann ich nicht hier geradeaus? Ah, doch. Hier stand doch irgendwas mit Bier dahinter. Das fand ich ganz interessant. Biermann. Bierma. Shimano. Ein Bike-Lahn. Auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Drogeria. Medikamente. Total. Hier. Zentral Institution Equitativa Valores Ischenka. Kuralo Turbo. Okay, vielleicht sehen wir Kuralau. Kuralau. Okay. Wo würdet ihr vom Gefühl her sagen, sind wir im Norden oder Süden oder Mitte eher? Ich bin hier eher so gefühlt eher im nördlichen Teil, nicht? So auf der Ebene, wo hier so Bananen oder so wachsen vielleicht. Zug Kuralau. Ich glaube, mehr kriegen wir echt nicht raus. Kuralau. Und die Straße, auf der wir fahren, die geht Nord-Süd. Das ist vielleicht noch ein Hinweis. Und wir sind, glaube ich, nicht am Wasser, oder? Kuralau. Oh, das war jetzt aber echt Glück. Oh, das war mein... Ui, Skipoiski. Das war ein Glückstreffer. Korizu Kuralau. Ja, da ist er. Den hatten wir auf jeden Fall. Oh. Das. Da ist auch der Fluss. Rio Kuralau. Okay. Und da müssten im Süden ein Kreisverkehr und der zweite Kreisverkehr kommen. Okay. Haben wir identifiziert, da ist auch Apartado. Ui, 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 ui. Da ist Eltres. Das stand auch dran. Ui. Meine Augen haben doch mal was gesehen. Sarita. War das nicht... War das nicht der Ort vorher in Griechenland, Sarita? Hier ist er. Kein Wunder, dass ich ihn vorher nicht gesehen habe. Der hieß ja... Hieß der nicht wirklich vorher Sarita? Na, ich gucke nochmal in Chat. Oh. Sarakina. Okay. Fast. Fehlt nur noch das Kina. Oh. So. Aber das ist ja nur die halbe Miete. Aber wir haben keine Straßennummern. Wir sind auf der Höhe der Kirche. Die im Süden ist. Okay. Wir haben eine Kirche. Die hier. Oder die hier. Und wir sind auf deren Höhe. Okay. Okay. Die Stadt endet nach Norden sehr schnell. Unsere Straße geht direkt nach Norden. Nee, leicht nach Nordwesten. Okay. Das ist gut. Dann gucken wir mal, wie viele. Eine kreuzen wir. Zwei kreuzen wir. Drei. Und dann sind wir aber in einer Ecke. Okay. Das heißt, da können wir gar nicht sein. Da können wir auch nicht sein. Hier ist noch eine Kirche. Okay. Wir könnten hier sein. 1, 2 und dann kommt die Ecke rum. Dann müssten wir jetzt in 1, 2, 3 Dingern auf die Hauptstraße kommen. Dann haben wir es. Wir kommen direkt auf die Hauptstraße. Okay. Wir kommen auf irgendeine Kurve, die direkt in die Hauptstraße mündet. Nach Süden. Nee, nach Westen. Also die einzige Stelle, die so aussieht, ist die. Aber wir kommen ja vielleicht hier oder so. Dann müssten wir, wenn wir hier nach Westen fahren, direkt auf die Hauptstraße kommen. Und dann haben wir erst eine links. Und dann kommt die. Auf der Höhe von, oh, hier. Ja, da wäre Kolumbien gewesen. Wir hätten nur nach Süden fahren müssen. Oh Mann. Da ist der Hinweis direkt vor der Nase. Problem ist, wenn wir von hier kommen, sehen wir den Hinweis nicht. Ja, doch. Hätte man sehen können, vielleicht. Aber ich bin wahrscheinlich so rübergesprungen, nicht? Weil wir kamen nicht aus unserer Straße nach Westen. Na gut. Okay, wir stehen vor Ghana oder sowas. Ist das eingezeichnet. Und. Na ja, da kommt noch relativ viel. Und nach Norden kommt auch relativ viel. Wir sind aber auf einer Seite, wo westlich nichts mehr ist. Das heißt, wir kommen wirklich irgendwo hier raus. Das könnte also doch die Stelle hier sein. Hier ist eine Tankstelle. Das haben wir nicht. Und der Weg in dieses Ding hier. Den haben wir auch gar nicht. Da ist er. Okay, wir sind also südlich von dem Ding. Das heißt, wir können nur in der hier sein. Denn das ist das hier die Kurve. Und dann. Nee. Ja, das geht doch gar nicht. Da müssen wir ja vorm Krankenhaus stehen. Also wenn ich westlich rausgehe, komme ich direkt auf die Hauptstraße. An diese Stelle hier. Oder an die hier. Ich glaube aber eher an der hier. Und wir haben noch eine Straße nach links. Das heißt, wir stehen definitiv hier. Das heißt, jetzt südlich müsste ein Krankenhaus sein. Dann ist das keine Kirche, sondern das Krankenhaus. Äh, das ist das Krankenhaus. Fleming Turbo? Ja, aber das ist doch eine Kirche. Wo ist so hier? Ach, dann zieht der Park zum Krankenhaus? Nee. Das ist ja auch komisch. Sehen wir Fleming Turbo? Ich bin nicht zufrieden mit der Situation. Weil wir haben nicht so ein großes Gebäude im Süden von uns, oder? Ah, doch. Aber es hat nicht die Form. Es passt nicht. Wir haben ein langgezogenes Gebäude an der Straße. Pff. Du bist auch eher bei der nördlich. Aber da müssten wir Galema sehen. Okay, wir fahren mal nördlich. Was ist denn nördlich von uns? Was haben wir denn hier links? Irgendein Geschäft? Aber hier sind gar keine Geschäfte. Also wir können ja nur hier, hier oder da stehen. Das ist, das hier ist dieser Platz, nicht wahr? Das passt schon. Aber das passt nicht. Ah, wartet. Die Bilder sind von 22. Also so viel wird sich hier nicht geändert haben. 1, 2, 3, 4. Und hier kommen wir auch dann nach Westen. Direkt. Und da war ein Zirkus. Und der ist direkt an der Straße. Also da komme ich direkt hier hin. Wenn ich jetzt eins nach Norden und links fahre. Dann müsste hier eigentlich eine Kirche sein. Ist auch da. Das ist eine Kirche. Zentrale Kura Lau. Iglesia Septimia Dia. Iglesia Azumio Septima Dia. 6,51 Meter. Wir haben es doch. War der richtige Ort. Dann haben die das hier umgebaut. Uff. Uff. Ah, sind wir weit runtergefahren. Und der Hinweis war nur ein Schritt nach links, nicht? Und ich bin hier rumgegurkt in alle Richtungen. Und habe das übersehen. Hier an der Stelle war Kolumbien direkt. Dann hätten wir es vielleicht noch schneller gefunden. Aber es geht nach Runde 3. Und ich hoffe, es geht schnell. Weil wir haben. Oh, oh. Scheiße. Wir haben einen kaputten Spielstand. Ja. Da können wir nur raten, wo wir sind. Und manchmal springt man auf das Bild, wo man vorher war. Ja. Wir können leider nicht herausfinden, wo wir sind. Es ist kaputt. Broken. Das passiert leider manchmal bei Google. Ähm. Wo wollen wir uns hinsetzen? Wo wollen wir uns hinsetzen? Die Runde ist leider verloren. Ich würde sagen, wir waren in Südamerika. Wir waren in Griechenland. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir hier waren. Und dann rate ich mal. Wir waren in den Philippinen. Und dann sage ich mal hier bei San Fernando. Naja, okay. Wir wären in der Slowakei gewesen. Ja. Schade. Okay. In der Runde 12.000 Punkte. Weil die letzte Runde verbuggt war. Kann man nicht ändern. Wir waren in Griechenland 28 Minuten. Und in Kolumbien 29 Minuten. Und ja, wir wären in der Slowakei gewesen. Aber leider ist das Spiel abgestürzt an der Stelle. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir die 18.000 Punkte. Bis dann.